Hi, ich habe mich heute mal so richtig geärgert und ich dachte, weil ich so ein netter Match bin, lasse ich euch einfach an meinem Ärger teilhaben. So bin ich. Nicht zu danken. Was ist passiert? Ich habe auf YouTube ja den Kanal der GameStar abonniert und da wurden mir heute zwei neue Videos gezeigt. 2023 war eine Katastrophe für Videospiele und ein anderes Video, was heißt Warum brennt die Spieleindustrie? Und sofort, als ich diese Videos gesehen habe, dachte ich mir schon, okay, ich weiß, worum es geht und ich dachte auch, das ist bestimmt falsch und ich hatte zu einem gewissen Grad recht und das hat mich dann halt geärgert. Vielleicht ein kleiner Hintergrund, um das besser einschätzen zu können, wie ich damit zusammenhänge oder warum meine Meinung aus dieser Richtung kommt. Ich habe ja lange Zeit selber als Spielejournalist, als Spieleredakteur gearbeitet, auch für die GameStar, für Making Games, mehr im Branchenmagazin und so. Und eine der Sachen, ich habe da auch Spielenews geschrieben und was mich immer besonders interessiert hat, waren auch so ein bisschen die wirtschaftlichen Zusammenhänge. Einfach, weil ich mich außerhalb der Arbeit persönlich dafür interessiere und mir ist dann immer aufgefallen, dass gerade im Bereich Spielejournalismus News, na sagen wir mal nicht Artikel, hauptsächlich wirklich News, zu dem Thema fast immer scheiße waren, um das mal ein bisschen deutlich und überspitzt auch vielleicht zu sagen. Das ist halt der Grund, dass viele Leute, die in dem Bereich arbeiten, sich gut mit Spielen auskennen und vielen Sachen, die damit zu tun haben, aber jetzt von den wirtschaftlichen Zusammenhängen und dahinter stehenden Sachen nicht so viel Ahnung. Und wenn dann irgendwelche, gerade so von amerikanischen Seiten, dann irgendwelche News kamen zum Aktienkurs, zu Umsätzen, zu Entwicklungen, werden die ganz gerne mal so übernommen. Und ob die nun so wirklich richtig stimmen im Original, also im englischen Original, das heißt ein englischer Artikel ist ja auch nicht unbedingt eine Originalquelle, aber der Artikel, ob der so richtig stimmt, wurde dann gar nicht so richtig eingeschätzt oder auch mal zusätzlich Informationen gegeben. Und ich habe vermutet, dass das hier wieder so ein bisschen so ähnlich ist und leider hatte ich zumindest mit dem ersten recht. Wenn wir ganz kurz gucken, es gibt halt zwei Videos, einmal das direkt von der GameStar, über 2023 war eine Katastrophe wie Videospiele, worauf ich jetzt hier ein bisschen eingehen möchte. Das zweite ist ein Video, was auch als Podcast erhältlich ist von GameStar Talk, worum brennt die Spieleindustrie, was da ein bisschen tiefer geht, ein bisschen, eigentlich auch eine andere Richtung nachher und da deutlich mehr Background-Informationen und noch zusätzliche Sachen gibt. Aber man muss auch sagen, das erste Video von der GameStar hat halt ungefähr viermal so viele Aufrufe, bis fast fünfmal so viele und wird das, obwohl es halt neuer ist und wird da auch mehr haben und hat auch ein bisschen die spitzeren Thesen, die mich dann tatsächlich geärgert haben. In dem Video selber, was ich nämlich vermutet hatte und was auch da der Aufhänger ist, es geht um die vielen Entlassungen, die wir durchaus dieses Jahr in der Spielebranche hatten und auch einige Studioschließungen und wie das einzuschätzen ist oder was daraus vielleicht folgt. Und der Tenor des Videos war, wortwörtlich, die Aussagen, 2023 war eine Katastrophe, ein Desaster als Videospieljahr und wenn es so weitergeht, steuert die Branche auf einen richtig großen Crash zu. Man muss ehrlich sagen, ganz interessant, in dem Video spricht Michi, den ich übrigens persönlich sehr schätze und toller Typ, der spricht halt in diesem Video als Ausgangslager einen Artikel an von The Gamer, einer amerikanischen Videospielseite, die ich auch gleich nochmal ein bisschen zeigen möchte. Da habe ich mir dann diesen Artikel durchgelesen und ich habe mir auch nochmal so ein bisschen gegoogelt, zwar ich bin hier auf einen anderen Artikel gestoßen von buff.de, der diesen Artikel nicht benennt, aber ehrlich gesagt, der ist knapp eine Woche nach dem, oder sechs Tage nach dem amerikanischen Artikel erschienen, haut in die gleiche Kerbe und greift auch ähnliche Sachen auf, ohne das zu benennen. Ich glaube, ganz ehrlich, dass er auch diesen Artikel als Ausgangslage genommen hat oder zumindest als Denkanstoß und einige Sachen davon. Naja, Michi sagt auch gleich, und das macht auch dieser Artikel von The Gamer, dass natürlich das jetzt komisch wirkt, wenn man das so sagt, weil 2023 aus Spielersicht natürlich ein geniales Jahr war. Es kamen hervorragende Spiele raus, große Spiele, erfolgreiche Spiele. Legend of Zelda, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, ja, dann die Remax Resident Evil 4 und Dead Space. Also qualitativ hochwertige Spiele, erfolgreiche Spiele, manchmal beides zusammen. Bei Starfield, wenn wir jetzt auch ein bisschen drüber schreiten, ist auf jeden Fall auch wieder ein erfolgreiches Spiel. Und aus dieser Perspektive heraus zu sagen, dass 2023 ein katastrophales Spieljahr war, klingt erstmal komisch. Natürlich machen sie dann diese Abbiegung und sagen, nee, für Spieler war es erstmal jetzt in dem Augenblick ein tolles Jahr, aber für die Industrie war es eben, die Worte, die da gewählt wurden, katastrophales Jahr, a horrible year in Englisch, ein Desaster. Wir steuern auf einen großen Crash zu. Und das würde ich erstmal ganz am Anfang sagen, das stimmt nicht. Das trifft nicht zu, weil die Schlussfolgerungen die falschen sind, weil man mit den zugrunde liegenden Daten nicht richtig umgegangen ist und das nicht richtig eingestuft hat. Und das möchte ich an dieser Stelle mal für euch machen, um auch dem ein bisschen entgegenzutreten, weil ich das eine schlechte Message finde. Es gibt durchaus Probleme, darauf möchte ich vielleicht später nochmal drauf kommen und drüber sprechen, aber diese Einschätzung stimmt halt so in der Ausmaß nicht. Ganz wichtig noch vorneweg, vielleicht ein anderer Disclaimer. Ich werde in diesem Video dann jetzt über Entlassungen sprechen, über Jobs, die weggefallen sind, über Studioschließungen. Und das sind für die Leute, die davon betroffen sind, die gefeuert werden, deren Arbeitszeit wegfällt, deren Firma zumacht, sind das natürlich schlimme Sachen. Das ist eine furchtbare Situation und für die ist es wirklich unter Umständen eine Katastrophe. Aber jetzt in diesem Video möchte ich ein bisschen über die wirtschaftlichen Zusammenhänge reden, über die Branche. Und deswegen kommt es dann vielleicht manchmal rüber, als würde ich hier so ein bisschen kalt drüber sprechen. Das ist nicht so gemeint, man sollte das immer im Hinterkopf behalten. Aber hier geht es um ein bisschen was anderes. In dem GameStyle-Video wurde, wenn ich das mal grob zusammenfasse, eben die Zitate, die ich schon gebracht habe, und dann geht es erst mal als Aufhänger um zum Beispiel Studieschließungen, die dieses Jahr stattfanden. Zum Beispiel Volition wurde genannt. Dann natürlich hat man als deutscher Journalist, als deutscher Spieler, als deutscher, der in dieser Branche vielleicht tätig ist oder die beobachtet eine andere Sicht nochmal, weil es gab auch einige hochkarätige Sachen in Deutschland mit Mimimi und Daedalic. Daedalic ist natürlich nicht zu, als gesamte Firma, aber hat die Entwicklung geschlossen. Und dann gab es natürlich in den letzten Monaten wirklich auch große Meldungen über Entlassungen und man muss es mal nicht mehr schon sagen, fast Massenentlassungen bei großen Publishern, bei großen Entwicklern wie EA, wie bei Epic Games, wie bei Microsoft, CD Projekt Red, der Embracer Group, Epic Games, Unity und, und, und. Also man kann die Liste schon ganz schön weitermachen, Ubisoft. Und das klingt erst mal krass, aber das ist halt anders, als es wirkt. Und die Sache ist die, es kommen in der Spielebranche, also es gibt Entlassungen, es gibt auch große Entlassungen. Und in der Spielebranche kommen gerade mehrere Faktoren zusammen. Einmal so eine makroökonomische Entwicklung, die wir allgemein jetzt haben in der Weltwirtschaft. Reda kriegt das mit, man hört das überall. Inflation, alles wird teurer, die Firmen verdienen vielleicht weniger oder haben größere Probleme. Das sind halt die Weltwirtschaftswage. Dann haben wir ein bisschen eine Stufe drunter, die ganze Entwicklung in der Tech-Branche, die auch mit der Pandemie, mit Corona zusammenhängt. Was da passiert und wie sich das jetzt entwickelt, werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Und dann haben wir spezifisch für Spielefirmen eine Entwicklung, auch so Zyklen. Das sind alles Zyklen in der Weltwirtschaft, in der übergeordneten Branche, der Tech-Branche und jetzt in der Spielebranche. Gibt es auch nochmal Zyklen. Das hat manchmal mit Konsolenzyklen zu tun. Das hat mit Spieleentwicklungen, wie lang die sind und allgemein mit dem Trend, dass Spiele immer teurer werden, zu tun. Und bei der Spielebranche kommen tatsächlich ein paar Sachen zusammen, so mehrere Wellen, wie das manchmal so ist. Wenn dann mehrere Tiefpunkte zusammenkommen, verstärkt es das auch nochmal. Aber ganz grob muss man sagen, und in dem Video wurden eben zum Beispiel die Sachen und die Firmen, die ich eben genannt habe, angesprochen. Nachher wurden noch weitere Sachen angesprochen, solche speziellen Situationen in Deutschland mit der Games-Förderung oder dass sich auch vielleicht, gerade wenn sich in schwierigen Situationen Leute dann unsicher fühlen, dass sich da sowas wie Gewerkschaften bilden in manchen Firmen. CD Projekt Red wurde zum Beispiel angesprochen und so und wie sich das auswirkt. Und was danach am Ende dieser Entwicklung stehen kann, dass Firmen vielleicht weitergehen, dass Firmen konservativer werden, wie sie vielleicht umgehen mit Neuentwicklungen, mit neuen Marken versus, ob sie eher auf Vertrautes bauen und ob sie vielleicht sowas wie Microtransactions als Ausgleich versuchen. Auf diesen Teil, dieser zweite Teil mit den, wie reagieren Firmen da drauf, wie sieht das mit der Streik- und Games-Förderung aus in Gewerkschaften, will ich in diesem Video gar nicht so sehr eingehen, weil ich der Meinung bin, dass eben schon die Grundannahmen falsch sind. Und ich habe schon wieder so viel rumgelabert, das passiert mir immer, wenn ich sowas mache ohne Script, dass ich so ein bisschen abschweife. Aber wir kommen jetzt nochmal zurück zu dem, was ich meine, was grundsätzlich falsch ist. Diese Einschätzung, dass dieses Jahr was Besonderes ist, dass dieses Jahr extrem ist und dass wir auf einen Crash zusteuern, dass es eine Katastrophe ist, weil das stimmt nicht, sobald man sich eben mal kurz ein bisschen zurücknimmt, einen Schritt zurücktritt und schaut, in welchem Umfeld findet das statt und in welchem Ausmaß. Da können wir beliebige Sachen nehmen. Ich habe jetzt mal eine Menge größerer Firmen rausgesucht, einige, die entweder direkt angesprochen wurden oder einige, die größer sind und deswegen direkt wichtig für eine realistische und relevante Einschätzung der Branche sind. Und wir fangen einfach mal mit beliebigen Sachen an. Ich habe zum Beispiel mal hier Epic Games als erstes genommen. So, das ist hier die Entwicklung von Epic Games vom Jahre 2018. Gut, dann steht dann 2025. Das ist eine Schätzung, zum Beispiel hier an der Stelle von Statista. Ich habe auch verschiedene Seiten genommen. Es gibt ein paar gute Seiten. Es gibt einmal so Seiten, wo man sich über Aktien informieren kann. Die haben oft dann auch Informationen über die Angestellten, weil diese Sachen wie die Anzahl der Angestellten oft in diesen jährlichen Finanzberichten auftauchen. Manche Firmen sind jetzt nicht öffentlich, zum Beispiel mit ihren Aktien. Da gibt es andere Portale über Glassdoor und solche Geschichten, wo man abschätzen kann, wie viele Mitarbeiter da sind. Die bringen auch manche Meldungen heraus. Wie gesagt, das können Finanzberichte noch sein. Das können eigene Meldungen der Firmen sein, wie auch von City Project Red, wo wir nachher zukommen. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, jetzt nur Statistiken zu nehmen, die ich für zutreffend halte. Die sind vielleicht nicht auf die letzte Nachkommastelle genau, aber sie sind ziemlich zutreffend. Starten wir mal mit Epic Games. Die waren zuletzt öfter in den Nachrichten. Die haben jetzt 900 Leute entlassen. Und da wurde gesagt, dass es ungefähr 16 Prozent der Arbeitnehmerschaft entspricht. Ich habe hier eine Grafik, die Daten von dieser Grafik sind leider die neuesten, die waren von 2020. Das heißt, 2021 und 2022 sind da nicht mal drin. Aber man sieht trotzdem, 2018, 2019, großer Sprung von 1000 auf 1900, fast eine Verdopplung. Von 2019 auf 2020, von 1900 auf 3200. Auch nochmal ein echt krasses Wachstum. Das muss man sich wirklich vorstellen. Normale Branchen haben vielleicht ein Wachstum von 3 Prozent, von 5 Prozent. Hier reden wir teilweise von fast 100 Prozent, von 70 Prozent. Und die Schätzungen für 21 und 22, die in dieser Grafik sind, sind auch viel zu niedrig. Wir lagen jetzt eben Ende 2022 bei ungefähr 5000. Die Schätzung in dieser Grafik war 3700. Und klar, wenn davon jetzt 900 entlassen werden, das sind halt 900 in der Menge. Aber wenn man sieht, dass in den Jahren zuvor jedes Jahr irgendwie 1400, 900, 1000 dazugekommen sind, das ist eine Entwicklung, die nicht immer so weitergehen kann. Natürlich wäre es schöner, wenn ihr einfach abflacht und wenn man mit den Leuten, die man dann hat, arbeitet. Aber es ist halt auch mal der Fall, dass sich Firmen verschätzen. Und das ist halt, was hier stattfindet. Die haben zu hohes Wachstum erwartet, zu sehr erwartet, dass ein bestimmter Trend immer weitergeht. Zu viele Angestellte, die sie in dem Augenblick nicht brauchen, aber wo sie denken, die brauchen wir in sechs Monaten, die brauchen wir in zwölf Monaten. Und dann werden diesen Leuten eventuell auch gekündigt. Ich sage nicht, dass es eine gute Idee ist. Kapitalismus läuft vieles, vieles falsch. Und auch die, gerade in den USA, wie man da mit Angestellten umgeht, dass man da nicht so soziale Verantwortung hat, da läuft vieles falsch. Aber man kann nicht daraus ableiten, dass praktisch die Spielindustrie komplett den Bach runtergeht. Dieses Wachstum vorher lag natürlich auch in Corona bedingt. Wir hatten diesen krassen Boom allgemein bei Tech und auch bei Spielefirmen und bei anderen Sachen, die davon profitiert haben, dass Leute zu Hause geblieben sind, dass sie nicht im Urlaub waren, dass sie nicht essen gegangen sind, dass sie nicht raus konnten, nicht ins Kino, dass sie sich dann zu Hause beschäftigen mussten, Zeit hatten und vielleicht auch mehr Geld, was sie sonst woanders ausgegeben hatten. Und deswegen sind diese riesigen Wachstumssprünge, die wir gerade in 2020 und 2021 gesehen haben, nicht so aufrecht zu erhalten. Das wäre schöner gewesen, wenn das ein bisschen sozialverträglicher abgeflacht wäre oder einfach netter. Das findet halt nicht statt oder auch, sage ich mal, dass die sich vielleicht nicht so verschätzt hätten. Aber andererseits, sie haben die Leute eingestellt, weil sie das Bedürfnis hatten und es hat teilweise auch positiven Einfluss auf die Gehälter und das geht jetzt eher wieder ein bisschen zurück. Gehen wir doch mal zum Beispiel zu Ubisoft, der das ist einer der größten Player auch weltweit. Und da sieht man das hier auch. Man sieht 2014, 15, 16, 17, 18 ist so ein normales, auch gutes Wachstum zwischendurch, dann klaut das wieder ab. Und dann der Sprung 2019, 2020, 2021 von 11.000 auf 15.000, auf 18.000, auf 20.000 und 22.000 auf 20.665. Das sind massive Sprünge. Das sind teilweise in dem Jahr Wachstumsraten von 30 Prozent. Dann haben wir, mein Nintendo habe ich mal mit reingenommen, das ist ein längerer Zeitraum, 2010 bis 2023. Da ist eine bisschen lineare Entwicklung, weil das ein bisschen stabilerer Konzern ist, der das nicht so schnell Leute kündigt oder auch Leute wieder einstellt. Deswegen sind die Sprünge da nicht ganz so extrem. Aber auch hier sieht man teilweise Sprünge von 2022 zu 2023 sehr extrem. Gerade 2018, 19, 20, 21, so die krautsten Vorläufer, kurz vor der Pandemie und dann in der Pandemie gab es hier auch wieder große Sprünge. Wir können uns Activision anschauen. Da gab es ein bisschen andere Gründe. Hier hatten wir einen großen Sprung, dass die hängt mit Activision Blizzard zusammen, dass Activision ja Blizzard übernommen hat, dass die Firmen zusammengegangen sind. Deswegen ist hier dieser Sprung durch die 2008, 2009 nicht sehr aussagekräftig. Danach aber gab es nochmal einen großen Sprung. 2015, 16 haben wir nochmal was. Und dann in den Pandemiejahren, man sieht es nochmal, erst der leichte Anstieg und dann von 21 zu 22 nochmal über 30 Prozent Anstieg. Wir sehen ähnliche Zahlen, auch bei Electronic Arts. Wir sehen ähnliche Zahlen und haben noch krassere Sachen bei Take-Two. Das ist die Mutterfirma von Rockstar zum Beispiel, also GTR, Red Dead Redemption. Die Embracer Group, über die ich vielleicht nochmal gleich einzeln sprechen möchte, die hat auch krasse Sprünge gemacht. Man sieht es hier, 2019, 2020. Wenn man 2017, das ist ein Sonderfall, weil das so ein, ich will jetzt nicht direkt nur Finanzkonzern nehmen, aber es ist ein Konzern, der hat sich massiv spiele Firmen dazu gekauft, Entwickler, um die zu vermarkten, ist massiv gewachsen, vor allem mit Fremdkapital auch. Und deswegen sind da die Sprünge auch nochmal krasser, wenn man das sieht, von 1.000 auf 1.800, auf 3.100, auf 6.500, auf fast 12.000. Das ist jetzt nicht normal, das ist ein Sonderfall. Und all diese Firmen, wir können auch nochmal, ich nehme jetzt nochmal CD Projekt Red, da habe ich zum Beispiel, die haben solche externen Statisten nicht so, da habe ich mir einfach nochmal selber den Finanzbericht angeguckt. Da sind die Zahlen auch von 2018, von 591, 2019, 713 und dann 2020, 734, auf jetzt, 2023, ist die Zahl, liegt ungefähr bei 1.200, also auch da massiver Anstieg. Als letztes gucken wir uns nochmal Microsoft an, es bringt jetzt auch nichts, wenn wir bei jeder Firma, ihr seht schon diese Muster, allgemein sind die Zahlen da krass angestiegen, auch Microsoft hat dieses Wachstum durchgemacht, auch nochmal stark in den Pandemiejahren, die letzte Zahl hier war, 2022 halt 221.000 Mitarbeiter. Und jetzt haben halt diese Artikel und auch das Video, sind halt ein bisschen drauf eingegangen, was es alles für Entlassungen in diesem Jahr gab. Da wurde dann zum Beispiel CD Projekt Red angesprochen, dass die jetzt in den nächsten neun Monaten 100 Mitarbeiter, in den nächsten Monaten 100 Mitarbeiter entlassen werden, was sie als ungefähr 9% ihrer Arbeiterschaft angegeben haben. Das entspricht halt ungefähr diesen 1.100 bis 1.200 Leuten, davon 100 Leute werden entlassen. Und das ist natürlich für die Leute schlimm, wenn sie halt da vielleicht keine Perspektive haben und wenn sie das nicht wollen. Und es ist natürlich immer ein schlechtes Zeichen erstmal, natürlich läuft es da nicht so gut. Aber wenn in den letzten Jahren da ungefähr 500, allein in den letzten zwei, drei Jahren oder in den letzten fünf Jahren 700 Stellen dazugekommen sind, wenn sich da die Mitarbeiterschaft seit 2018 verdoppelt hat, dann ist das eine ganz andere Einschätzung, wo man sagt, okay, hier werden jetzt 100 Mitarbeiter entlassen. Bei Microsoft sollen 10.000 Mitarbeiter entlassen werden. Die haben 221.000 Mitarbeiter. Ungefähr 5% werden entlassen. Und alleine, auch hier, wenn man in den letzten fünf Jahren hat sich das fast verdoppelt von 130.000 auf 221.000. Alleine im letzten Jahr, also davor, in dem letzten Finanzjahr von 2021 auf 2022, haben über 40.000 Leute wurden eingestellt bei Microsoft. Jetzt werden 10.000 entlassen. Du siehst das genauso bei Google, der Mutterfirma Alphabet. Du siehst das bei Meta, der Mutterfirma von Facebook. Du siehst das bei Apple, den Techfirmen. Wir haben ja eben die ganzen Zahlen angeschaut. Da haben sich teilweise die Zahlen verdoppelt. Um 30, 40, 50 Prozent, 100 Prozent gestiegen. Und da werden jetzt teilweise Leute im Prozentsraum von 5 Prozent, von 10 Prozent entlassen. Und so blöd das klingt und so scheiße das für die einzelnen Leute ist, das sind ganz normale Entwicklungen, wenn so ein Zyklus ein bisschen zu Ende geht. Wir hatten diesen massiven Boom in den letzten drei, vier Jahren durch Corona, drei Jahre, zwei, drei Jahre. Aber auch davor schon hatten wir so eine Boom-Zeit von so fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Und diese Zyklen in der Weltwirtschaft ungefähr, ich würde mal so sagen, sechs, sieben Jahre sind relativ normal. Und dann kommen jetzt gerade eben mit den Kriegen, die wir haben, mit der Weltwirtschaftskrise, mit Veränderungen, zusätzlich eben dann die Corona-bedingten Boom, den wir speziell im Tech-Sektor hatten, der kommt zum Ende. Und dann haben wir auch andere Sachen, die wieder eine Rolle spielen. Denn jeder Mensch hat ja sozusagen so ein bisschen ein Entertainment-Budget oder allgemein ein Budget, was über das normale, die normalen Lebenserhaltungskosten hinausgehen. Jeder hat ein bisschen Geld im Monat übrig und man gibt das halt aus für, sei es dann Spiele, für Kino, für solche Sachen wie Netflix, für Essen, für Urlaub. Jeder hat ein bisschen andere Prioritäten, aber man hat so ein Budget, was man halt für seine Freizeit hat. Und sage mal, auch das war in den Corona-Jahren, da konnte man nicht so gut in den Urlaub fahren. Ist man nicht so oft in das Kino gegangen? Ist man nicht so oft essen gegangen? Und das sieht man jetzt in diesen Branchen ganz krass. Urlaubsbranche, teilweise Restaurantbranche, andere Sachen, die holen jetzt teilweise massiv wieder auf, weil die Leute da wieder ihr Geld ausgeben wollen. Die wollen das nachholen. Und automatisch, wenn ich mehr im Urlaub bin, wenn ich mehr solche Sachen mache, habe ich weniger Geld, zum Beispiel für Videospiele, aber auch vielleicht weniger Zeit und will auch weniger Geld ausgeben. Und das spüren wir jetzt auch. Aber jetzt zu behaupten in diesem Kontext, dass wir eine Katastrophe haben, dass wir ein Desaster haben, dass wir auf einen Crash zusteuern, ist übertrieben. Ich will das jetzt auch nicht kleinreden andererseits. Wir haben teilweise massive Probleme an ganz anderer Stelle. Darauf geht es euch der GameStar-Podcast ein bisschen ein. Wir haben Missstände in der Industrie mit Crunch, mit wie Leute behandelt werden, mit wie vielleicht Gewerkschaften behandelt werden, gerade in den USA. Oder ob das überhaupt möglich ist, dass es da Gewerkschaften gibt. Das ist noch eine andere Sache. Aber man kann jetzt doch nicht den Leuten Angst machen und sagen, ja, die Spieleindustrie geht komplett den Bach runter, wenn wir noch weit vor den Zahlen sind, die wir noch vor einem Jahr hatten und teilweise 20, 30, 50, 100 Prozent über die Mitarbeiterzahlen, über den Umsätzen von vor drei, vier, fünf Jahren sind. Natürlich ist es auch wichtig, diese Trends zu beobachten. Das heißt, wenn man jetzt feststellt, dass im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und im übernächsten Jahr die Zahlen immer noch zurückgehen, dann müssen wir uns natürlich Sorgen machen. Aber sage ich mal, so ein Rückgang, moderate Rückgänge über einen Zeitraum von ein, zwei, drei Jahren sind völlig normal. Das hat auch speziell in der Spielebranche, und ich will das Video jetzt nicht zu lang machen, auch so was wie mit Konsolenzyklen zu tun. Wir sind im Moment, nähern wir uns so ein bisschen einem gesättigten Markt von den Konsolen, weil die jetzt schon eine ganze Weile draußen sind, aber die nächste Konsolengeneration noch ein bisschen in der Zukunft erst ansteht. Aber gleichzeitig die Spielefirmen, die Publisher, die Entwickler teilweise vielleicht schon Investitionen machen müssen, die noch nicht so intensiv sind in Hinsicht auf die Belegschaft, aber finanziell vielleicht, sodass sie da schon mal denken, okay, in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir da Kosten haben. Wir brauchen aber nicht so viele Leute. Und Firmen, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, tendenziell finde ich, bin ich da auch eher kritisch. Wir haben Kapitalismus, versuchen natürlich auch immer ein bisschen, das Maximum rauszuholen. Das heißt, wenn sie jetzt einige Entwicklungen haben, die jetzt auch abgeschlossen sind von den Spielen und dann können sie auf so einem guten Level weiterfahren mit weniger Leuten, sozusagen im Maintain-Modus, dann werden die das machen und dann werden auch mal Leute entlassen. Ob das immer eine gute Idee ist, auch selbst mittelfristig, selbst für die Firmen, kurzfristig kann man damit Geld sparen. Ich denke auch oft wird das mittelfristig gar nicht so klug sein. Man kann sich öfter mal Leute halten, auch wenn man die einzelnen Personen nicht zu 100 Prozent braucht, einfach weil das sinnvoll ist und weil es einfach auch nur eine, oder gut, da wird in der Wirtschaft eh nicht so drauf geachtet, weil es das Richtige wäre, wenn man jahrelang von Personen profitiert hat, dass man sie nicht bei erster Gelegenheit rausschmeißt. Das ist eine ganz andere Geschichte. Naja, darauf will ich jetzt gar nicht abschweifen, sonst sind wir morgen nachher. Aber rein jetzt, wir haben ganz kühl von den Zahlen, sind diese Sachen meiner Meinung nach überhaupt nicht angemessen. Dieser Alarmismus, diese Hiobsbotschaften, weil da befinden wir uns nicht. Wenn man sich Prognosen anschaut, im Großen und Ganzen, fast überall bei den, wie die Spielebranche eingeschätzt wird für die nächsten Jahre, das geht alles nach oben. Diese Prognosen sind auch bei weitem nicht immer richtig. Wir lagen oft genug, das Problem ist immer, Prognosen sind ziemlich schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, sagt man so gerne. Und das wird auch, da werden einzelne Firmen völlig daneben liegen. Die Branche wird auch in irgendwelchen Zeitrahmen mal plötzlich Probleme bekommen, ohne dass wir es echt vorhersehen. Und vielleicht liege ich auch jetzt komplett falsch und dieser Trend zeichnet sich jetzt ab und wir haben die nächsten Jahre große Probleme. Aber ehrlich gesagt, halte ich das nicht für realistisch. Vor allem nicht aufgrund dieser Meldungen. Das kann immer so kommen, aber das hat nicht damit zu tun mit diesen Entlassungen, die wir aktuell sehen. Allgemein wird man eher ein Wachstum erwarten können. Das zeichnet sich ab, weil sich immer mehr Leute für das Thema Spielen interessieren, weil die Demografie in die Richtung geht, weil sich das weiterentwickelt und das in der Entwicklung ist, wie allgemein mit der Technik, die nicht aufzuhalten ist. Die wird immer ihre Stolpersteine haben. Und ja, ganz kurz noch mal, weil ich den GameStar Talk angesprochen habe, der entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Der redet eher spezifisch über, was läuft in den Firmen falsch mit den Angestellten, wie kann man Angestellte besser behandeln, warum ist die Spielebranche und auch vielleicht die Medienbranche und auch die Spiele-Medienbranche anfällig für Missbrauch und für Fehlentwicklungen. Da sind ganz interessante Sachen drin und das ist wirklich hörenswert oder sehenswert, das Video oder der Podcast. Das lohnt sich, da mal reinzuschauen oder reinzuhören. Das ist dann sicherlich mal ganz interessant. Ich habe den zu drei Vierteln gehört, jetzt noch nicht ganz zu Ende, aber das könnt ihr sicherlich auch machen. Allgemein noch mein Tipp, ihr lernt ja selber ein bisschen, was gut funktioniert, wo ihr Artikel findet, die ihr für sinnvoll haltet und ihr gut findet. Allgemein bin ich, und nicht nur deswegen, weil ich da früher lange gearbeitet habe, oder weil ich jetzt auch noch Kollegen da sehr gerne mag und mit Kollegen da noch zusammenarbeite, halte ich für die GameStar für sehr, sehr gut, wirklich. Ganz oft in den letzten Monaten oder Jahren, wenn ich irgendwelche Themen aufgekocht wurden, so auf Reddit, in Social Media und da so ein bisschen so ein Alarmismus oder so ein Clickbait gemacht wurde, finde ich, dass die GameStar immer positiv herausgestochen ist, weil sie das sehr gut eingeordnet hat, weil sie eher darüber berichtet hat, ohne auf diesen Zug aufzuspringen. Also natürlich, wenn irgend so eine große Welle ist oder ein großes Diskussionsthema und auch wenn das meiner Meinung nach ein bisschen falsch angegangen wurde, war die GameStar eher so, dass sie gesagt hat, okay, das hier findet gerade statt, das sind die Hintergründe und das passiert hier, ohne selber auf diesen Zug zu springen, aber gleichzeitig darüber zu berichten. Das, finde ich, macht die GameStar sehr oft sehr gut. Allgemein im Spielejournalismus und leitet auch ab und zu bei der GameStar ist gerade dieser Wirtschaftsbereich, da solltet ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil ich finde, da sind die Artikel oft nicht gut und haben kein gutes Fundament, ziehen nicht die richtigen Schlussfolgerungen und geben auch nicht den richtigen Kontext. Also in der Hinsicht, guckt lieber mal, dass ihr da mehrere Quellen zumindest bekommt, dass ihr da, Entschuldigung, dass ihr da das anders einschätzt oder vielleicht auch mal wirklich auf Wirtschaftsseiten guckt, wie die das einstufen, weil da wird das dann, dieses ganze Thema, wenn ich zu einem Forbes-Magazin gehe oder so, wird dieses Thema ganz anders diskutiert. Naja, das war es erstmal von mir, wollte ich mal kurz loswerden. Allgemein würde ich ganz gerne, das habe ich letztens schon gemacht mit YouTube-Sachen, euch gerne mal ein bisschen mehr Hintergründe geben zu YouTube, zu Spielen, zu Spielejournalismus. Das soll jetzt kein Schwerpunkt werden, aber ich denke mal, dass ich zumindest davon ein paar Sachen Ahnung habe, die meiner Meinung nach dann falsch dargestellt werden oder verfälscht oder übertrieben oder manchmal auch vielleicht nicht angemessen. Also in dem Sinne, manchmal ist es vielleicht auch ein Thema sogar wichtig und wird eher totgeschwiegen. Also da gibt es schon ein paar Sachen, wo ich manchmal was vielleicht zu sagen hätte, was ich dann ganz gerne mache. Dann bin ich vielleicht auch ein bisschen ruhiger. Ich merke immer, wenn ich hier so mich ein Thema beschäftigt und ich so vor mich hin erzähle, werde ich immer schneller und aufgeregter. Das muss ich mal ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ich gebe mir Mühe. Erstmal war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.